Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. So, wir können die Waffenkammer verwenden und Waffen kombinieren. Dann schauen wir doch mal rein. Ich würde mal sagen, wir behalten Link. Du kannst die Waffen des Charakters, den du hier auswählst, verbessern. Wäre ja ein Charakter mit dem du ihnen was auch gemerkt ist. Na mit Linkyboy. Und jetzt weiter in die Waffenkammer. Ja, ist halt gut. Ja, zu stärken die Waffe. Wir müssen sagen, den Einhänder. Kombo oder Erfahrung? Was ist denn? Kombo ist teurer. Na, dann nehmen wir doch. Und halt das. Moment, 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 Moment. Habe ich hier richtig? Weisst du was, du nervst. Ich kapiere das irgendwie nicht. Moment. Haha. Ah, genial. Okay. Das hat... Okay. Komponente... Ritter... Hä? So, irgendwie kapiere ich es nicht. Ah, ich kann zwei verwenden. Aha. Nehmen wir das. Höhe den Angriffsschaden. Y, 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 Y und X. Okay. Und was hat das andere? Mix. Nichts. Nichts ist nicht viel. Mehr Erfahrungspunkte für überseite Gegner. Mh... 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 Mehr Erfahrungspunkte. Dann können wir schneller wieder als nächstes auf Level. Immer das. Klar doch. Ja, machen wir. Gut. Verbesser, dritter Schwert. Ich möchte das Master Schwert. Ja, ist gut. Ist gut. Ja... Ja, ist gut. Ist gut. Äh... Was haben wir sonst noch? Medaillenschmiede. Kann mir jetzt hier was machen, was Sinn ergibt? Angriffsmedaillen. Jedoch wird Kokiergeschwett geschaffen. Also, ja, sicher. Normaler Angriff mit einer. I... 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 Mit dem Kokiergeschwett? Also, ist es ein neuer Angriff? Oder... Okay... Einfach... Aha... 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 Okay! I... Y... Und X. Atem-Smashing, ne? Okay, das ist... Das ist... Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Geh... Warte kurz. Fällt mir. Warum es Donnersturm erschaffen? Das ist ja da! Was kann ich jetzt? Kann ich damit was... Gronabend? Nein, ich lasse es noch. Sonst... Haben die anderen nichts zu tun, ne? So... Ich mach mal die anschauen. Lecker Mädchen. Jung, aber... Naja... Hm... Die gar nicht... Ah doch! Boah! Eine Güte! So... Ich denke mal... Vos Erste... Ist das nicht schlecht. Raneli-Schlucht! Weiss nicht! Ach... Weisst du was? Ich will mit Link! Ich will mit Link! Aber es geht gar nicht! Dann will ich noch die Lana schnell! Oder heißt sie Lana? Ja... Die schnell... Metallenschmiede! Einen Trank! Ich weiss ja nicht ob es viel bringt! Flasche 1 geschaffen! Ja... Gut! Gibt es noch irgendwie... Ähm... Eine andere Sache? Quier Schwert 1? Ah... Schauen wir mal! Okay... Gut! Ich seh einfach ja! Da 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 da! Ja ja! Gut! 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 Alles okay! Gibt es hier noch was? Nein! Alles verbraucht! So! Hat die... Eine besondere Waffe! Zauberspruch! Mit verbinden mit nichts! Du hast keine Waffe! Okay! Okay! Zurück! 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 Lana! Okay! Lecker Mädchen hier! Jung, aber... Die werden auch mal älter! Okay! Ranelischlucht! Mit... Lana Del Rey! Äh... Nur Lana! Sie schon da! Ach... Fähigkeiten hab ich auch noch! Achso! Das geht ja auch so! Okay! 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 Dann gehen wir mal weiter! Los Gates! Mhm! 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 Siya ist ja die Böse mit dem offenhertigen Kleid! Ja! 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 Was ich eigentlich komisch finde ist in... Die grosse Fee... So richtig als Polygon Figur... Kommt ja erstmal in Ocarina of Time vor! Ja! Das sind ja die grossen Fee von Ocarina of Time! Und... In Windweike dem Nachfolger war die grosse Fee so ein Mädchen! So ein Geistermädchen mit Puppe! Und in... Ähm... Am... Bäm... 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 Bäm! Bäm! lang nicht so ewig lang herum quacksalben sondern bang 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 auf zum nächsten schlachtfeld so hier können wir mal die kimmelutschen ich will zu dem hier oh ja das sind aus twilight princess die dinge wie ach sag schnell die knochenhorst aus twilight princess ja ja ein herz verloren ein herz bekommen bis nicht voll gar hör auf sich so aufzuspielen vollpfosten hätten wir mal bomben jetzt bomben ah das macht laune reden wir mal aus dem sichtfeld also ich finde ja dass link ein bisschen stärker ist aber was weiß ich schon so kommt her kommt her spezialattacke ausprobieren ok das ist cool das ist cool cool aber nicht wirkungsvoll und ich hätte was verpasst ja das ist schon eher meine krachenweite müssen die festungen erhoben und wie der strahl der strahl der stahlzyklo die sind also gewöhnlich zäge gewöhnliche angriffe können die nichts anhaben um sie zu besiegen musst du etwas finden wo sie wogegen sie empfindlich sind war das zweite und das erste ist stahlzyklo sind steinstatuen die sich mit einem mächtigen energiestrahl strech angreifen ja nein nein gar nicht erst versuchen du was kann ich das jetzt angreifen weiß ich weiß es nicht ganz ehrlich ich weiß es nicht erst mal hier den knochenhorst fashion stylisch 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 ist er empfindlich gegen bomben könnte das seine schwachpunkte sein ist er noch da nein ok hier erst mal ein bisschen aufräumen so ok 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 die immer so ja ich wollte dich provozieren auch immer sie hellила und garnitzer steuer noch ein wenig eines verinnerlicheres und das gibt es drauf hat von advocating wir wollten nicht nicht nichts 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 nützt genau dann sind auch vergessen zu schauen mit Link ob ich eine neue Waffe bekommen hat naja wir haben noch einige Parts vor uns keine Sorge, so schnell geht das nicht weg ich meine, eine habe ich ja eropert, jetzt kommt die zweite haben wir sich noch da unten nach nach unten, oh Proxy du nervst und leider kommt ihm das Bild mit Link und man denkt immer, ja Link Quassel, aber nein, das ist Proxy wer gibt den fehlenden Namen Proxy, also wirklich nein, 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 nein so und Bomben Bomben ja noch mehr Bomben Bomben macht Laude Bam, bam, bam ja, ich will ja mal die Kombos ausprobieren genau ok da war immer X und Bam ja er die Dimensionen beherrscht ah wegen den paar Gegner ok ist eigentlich schade drum aber was soll's ok, 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 ok ich kapier's mach mal mal hin hier Bam, 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 bam von der oh hab ich ich wusste, dass da was kommt, aber ich hab einfach so gedrückt ok, das war er oben und jetzt ab nach und her ihr könnt mich mal gern haben hier wenn da einer kommt da unten ist doch was was ist hier Volga aber nicht mehr lange du, ja, was ist hier ah, Tentakel ah man, ich hab dich doch anvisiert hey, hör auf du bist mir ein bisschen zu stark um zu um voranzukommen musst du die Tentakelwände beseitigen normale Angriffe zeigen keine Bichung also lass ich jetzt das einfallen jetzt mal wieder voll auf an voll auf an hier gepasht gewinnen wir doch ne voll die solche wieder mal richtig gepasht ah komm schon so 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 du mich bäsch bäsch ich dich ab ja, ich könnte ja ausweichen ich weiß ich bin zu faul erst mal geht der fliegen komm schon komm schon du bist bald da das spüre ich doch ja stolper nicht ba bäm so geht's zu dem nichts gibt der kein item nichts gibt hey, cool so, 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 so ja, ja du bist jetzt erst mal besiegt geh baden geh weg hier erst mal ein bisschen Bomben verteilen nein, nicht da lang hier so hier auch noch und hier sowieso ja, ja schön hier die Dimensionen ein bisschen nutzen, ne weil ich ganz ehrlich finde ich, dass Link ein bisschen bessere Waffen hat dann greife ich aber was soll's okay immer leben und bäm nein, ich muss da lang okay ja, 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 ja da viele Gegner ja, ja, ja voll geil den hab ich doch besiegt was wollt ich denn oh, oh du auch ja, ja, ja wow und meine fresse hier geht's ganz schön ab noch noch was besiegen hier na, wenn's sonst nichts ist dann machen wir das so es geht schön in die Biese wäre es mal besiegt gut äh, nein ich muss da lang was war denn hier ist doch gar nichts noch so ein Knochenhorst Mann, wie viele haben hier denn noch ein Nest oder was so bäm im Moment mache ich das meiste noch als Zufall ich drücke einfach drücke einfach ich hoffe es ist der Kombo den ich brauche was ist hier so nix der Spezialist und für was weiss das jemand ich weiss doch nicht okay hier erstmal ein bisschen annehmen und bägen das ist der Spezialist und den braucht warum mausch immer na was machst du jetzt oh das konntest nur du erzähl mir doch nix erzähl mir doch nix vollpfassen Hauptmann na denn oh war das jetzt schwer Gott sei Dank habe ich auch leicht gestellt will ich nicht unnötig Zeit verlieren so das ist gelöst na du die Magie ja die selbe Version von Tragosso ne Magie sind in der Lage neue Einheiten in ihr näher erscheinen zu lassen das sind sehr lässige Gegner die so schnell wie möglich ausgeschaltet werden sollen okay if you say this if you say this hier läuft ganze Zeit mit ihr Buch umher na gut ist der da oben sie heißt auf der Spitze nichts wie hin aber erst noch hier die bashen ja ist gut erst mal werden hier die gebasht so das war's da geht's hier lang ist hier ein Zyklop ja das macht nix denn ich hab bomben so jetzt mal den ein bisschen bäsch ach das sind die ok und jetzt kommt ihr mal dran ich finde ja gut dass es nicht immer so eine vorgerendete Sequenz ist dass sie mal Live-Action macht hier ihre Spezialfähigkeit das finde ich gut das ist nicht vorgerendeter Quatsch sonst kann man ja gleich einen Film schauen ne ist doch so ach schon wieder voll ach was sie ist er ach dann nutzt man es aus kommt sie bald davor durch vollpfosten oder nicht ach schon erobert ok dann geht es mal weiter ne nein 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 hier nix hier bomben das gibt nix ja das ist so viel so viel wie gar nix ne was ist hier hier ist doch so ne ist er auch ja ja bomben und jetzt mach dir erst mal ein bisschen dran hier sie ja sexy hexio gut will den Hauptfeldwebel hier ja genau dir den Oberknochenhorst du bist gefördert worden vom Knochenhorst und dem Oberknochenhorst so ja ja behrst mich doch wenn du willst bam und bam so das wäre erstmal ach da ist noch einer ok und fertig ah wie viele kommen hier noch Fesmuskommandant ah es müssen immer die Fettzecke hier sein ok äh wo ist hier die Tue die ich gesehen hab hier nein nein ihr wollt mich wegen der Gegner nein ah fail ja wie ist ein fail für die Quote muss sein so jetzt aber mach auf mach auf was gibt's denn na der Boomerang geil Oma betäuben und nimm den warte mal schauen mein Gang muss er jetzt mit dem ich hab's ein Boomerang ja auch schon gemerkt ne äh nimm den ja nein das ist der Boomerang haha oh gott ey wo ist denn jetzt die ganze Seuche hier gehen wir erstmal runden nach unten und sehen uns die ganze sie wie ist der magus du nervsack du nervst was heißt der jetzt magus ach so es ist der Obermagie oder wat ich weiss doch nicht wie neu in diesem Spiel wirklich wohl schon das gefühlte 300 zepart nein quatsch noch ein magus na warte so geht das jetzt zu den Dingen ja die Skulpturler kann mich mal weil kann ja die Mission wieder spielen keine Sorge äh Energie 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 genau du mir auch ich muss da lang hier lang ja und Boomerang Boomerang so in der Fall Pfosten hier jetzt erst mal Baden einfach so episch wie es die Typen immer so zurückschlägt nee das ist doch voll episch das heißt immer noch na Mann ihr nervt daneben so ist das was ne eigentlich nicht also lassen wir es ich bin schwindlig zu viel gesaufen oder wat ok 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 gut ja hier lang hier durch hier lang hier noch den Oberknochenhorst erledigen so und das wäre auch erledigt so geht's so geht's auch immer noch am schnellsten ne die Rubines sammeln sich von alleine ein das ist sehr sehr gut ok so weg weg geht doch ich liebe es wenn ein Plan funktioniert jetzt hier lang SIA du bist bald dran was haben wir hier so Magie Rubine ok Rubine brauche ich im Moment am meisten das andere habe ich ja schon ah jetzt komm ich du jetzt komm ich denkst du gar nicht wie ich jetzt komme so zweideutigkeit nicht vorhanden hier so 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 und gebäscht sauber ist der noch da so jetzt aber weg mit dir SIA du bist dran ok vielleicht auch nicht da hier so das ist wie ein hell dringend na gut muss ich jetzt Angst haben vor den Knochenhorst meine Hüfte knochenhorst was sind das hier gehört dir nicht ist meins du bist wieder Ganondorf nach ich Link nach also ich also Link nach Schick oder Zelda also lass das wie wenn du mir jetzt Ganondorf beschwörst dann werde ich sauber ok 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 eine Hydra Piranha oder man Mannhandler ok man ihr nervt verzieht euch doch so ja ja ich komm ja ich komm ja ok ich lass euch mal hier sein und ich muss oh oh nein in die Mitte des Schlachtfelds alles so weit weg Taxi so wat ja nee ok Premiere die erste Niederlage ja kann doch mal passieren ist doch nicht so schlimm checkpoint sie schon da so diesmal schneller wie die Flitzekacke am Montag hä wat so I'm coming I'm coming ja 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 los 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 run bitch run nein quatsch ich bin schon da ich bin schon da ich bin schon da so hier hier bin ich er will was von mir Mann ich will hier was machen was denn wie soll man das machen muss ich wechseln muss ich den Charakter wechseln ich hab keinen Schimmer ja kann ich nein ich kann den Charakter nicht wechseln Mann wie soll das gehen ich kapier's nicht ich bin einfach zu langsam dafür das nicht nur weil ich Schweizer bin man kann doch nicht wechseln ne ne kann ich den Charakter wechseln ja ist gut ok wieder besiegt wie soll das gehen wie soll das gehen ich kapier das nicht ich kapier's einfach nicht wie das gehen soll habt ihr ne ahnung ich hasse sowas ich gebe Gummi ja ist gut so jetzt ich bin ja da gib Gummi oh Mann wie ist sie nicht ach toll verdammt nochmal wie soll das gehen ihr muss das nachschauen ja und weil sowieso der Part schon voll ist Daumen hoch und im nächsten Part schaffen wir die bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.